Jo Leute, James Lee ist hier und nun spiele ich mal wieder Uncharted 4 Multiplayer Und jetzt auf der Madagaskar Stadt, die ihr auch im Trader gesehen habt, richtig geiler Map Und wie es aussieht bin ich bei den Schurken, ich nehme mal den Oberschurken aus der Story Wait Aber ich will nicht spoilern, ich will nicht näher auf die Story eingehen, weil das sollt ihr selber erfahren, sei es in der Story passiert und so weiter Oh nein, jemand hat Eddie Rasha genommen Der ist sowieso der geilste Typ aus Uncharted 1 Drakes Fortune, sollte man wirklich spielen Der andere ist als Hase verkleidet So ein Anzug muss ich haben Frage ist nicht wer mich lässt Sondern wer mich aufhalten will Die Map sieht ziemlich geil aus Ähm ja Ich muss machen hier mit dem Enter sein Enterhaken, wo wirst du da raufklettern Ach, sehr weh Oh scheiße, wie sind die schon hergekommen Ach, hier, dich Oh nein Äh, Hilfe Der Piss hat mir eine Granate in die Fresse gekaut und Äh, okay Oh, okay Ich brauche hier sofort eine Nummer Eigentlich jemand der mich heilt Eigentlich Ich dachte keiner halten mich Aber okay Gehen wir mal so Gehen wir ein bisschen spazieren Immer schon flussaufwärts gehen Oh nein, 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 nein Ich will nicht schon wieder sterben Da war jemand, perfekt Das hat mich erstaunt gemacht Shit Ha Okay Das mal die Gegner Habe ich kurz einen kleinen Einblick erfahren Oh scheiße Oh nein Nein F*** dich F*** dich F*** dich Was soll das Ich werde sie einfach nur killen und immer grepier ich Immer die ganze Zeit Dieses Mal muss ich es mir wohl hart erarbeiten Schaut mein Charakter gerade herum Hahahaha Das kann ich erst machen wenn ich jemanden kill Den darf ich dann so was von aus Aber Davor geht es irgendwie nicht so Richtig Da war jemand Da war jemand Da war jemand Schön verfolgen Oben ist er Ja Ja Oh nein Das hat bestimmt weh getan Das hat bestimmt weh getan Der ist komplett erledigt Okay Wo seid ihr Ich hab hier eine gute Position Und will euch finden Da kommt was Und Bracht Boah das war ein harter Kampf Ich dachte ich würde schon grepieren Aber Untersehens nicht Oh da oben nein Da kommt noch einmal, die ich gesehen habe. Scheiße, ich dachte ich würde es haben. Oh nein! Ich auch! Du weißt, dass ich gehalten habe, oder? Okay, ich dachte wirklich, ich werde geheilt werden. Ich sollte mal meine Spezialpüche... Aktivieren. Ha! Da waren alle, die sind da, die in meine Richtung flüchtet. Shit, aber ich habe einen Kapitän umbracht. Ja, das siehst du. Ja, das siehst du, Kapitän. Bist alt, ha? Ich schaff's. Wir gewinnen. Aber, ne, was hatte ich mich nicht zu früh gefahren. Okay, du bist heute, ich halte dir, ich halte dir Kumpel. Nein, du bist Joke. Wo sind die... Wie ich kattetze in diese Richtung? Oha! In den Arsch geschaffen. Scheiße. Oh, Mann. Ich lebe hier. Oh, Scheiße. Oh, Mann. Wann geht das? Was ist das für ein Scheiße? Ah, doch. Er lässt mich nicht... Ich krieg zu ihm hin und er lässt mich krepieren. Neben sich. Neben sich. So. Doch, ich krepieren. Hilfe! Wenn der krepiert, kann er sich auf was freuen, denn ich halte ihn auch nicht. Boah. Ich geh mit der Bazooka, ist mir auch egal. Sollen sie nur kommen. Das kann er jetzt erobern. Und ich geh mal auf Gegner-Tour. Gegnersuche. Oh, da war einer. Oh, da war einer. Scheiße. Na, na! Scheiße! Scheiße, genau. Die ich ihn umbringen wollte. Die kam. Gute Spiel, Gute Spiel. Gute Spiel. Muss ich schon mal sagen. Kein Erfolg. Wow! Danke! Da! Ich dachte, ich könnte noch ein kommen. Nein, die Gegner gewinnen wieder! Wie haben sie das geschafft? Das ist mir ein Rätsel. Wie sie das geschafft haben. Aber für mich war jetzt diese Runde mal ziemlich gut und das freut mich mal. Wow! Ja, nein! Hey, der ist auch am Boden. Halt mich! Ich bin der, den du heilen musst und nicht schlagen musst. Ja, ich bin tot. Ah, jetzt gehe ich mal mit der Special Shot genommen. Ja, pardon. Aber zweiter Platz! Ja, das ist mal was! Das ist mal was! Okay? Was? Danke fürs Zusehen und es wird wahrscheinlich noch eins folgen. Aber ich hoffe, ihr ein Wurscht mal gewinne. Okay? Sieht nur mal, wenn man dich zu früh freut, passiert so eine Scheiße. Aber okay. Also, ich freue mich mal. Ich freue mich. Vielen Dank.